Herzlich willkommen beim Fotokafé am 28. November. Es gibt wieder ein paar interessante Themen. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet, bessere Fotos im Advent. Es gibt eine ganz kleine Umfrage. Und zwar habe ich eine Umfrage zu den Fotowochenenden gemacht. Und natürlich wieder die Photoshop-Challenge mit dem Oliver. Die Maria war so nett und hat mir schon ein paar Fotos vom Illumina-Fotowalk von letzter Woche gesandt. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt einfach ein bisschen aus dem Tritt geraten. Denn am letzten Donnerstag ist mein Facebook-Konto gesperrt worden, was mir ja prinzipiell egal wäre. Aber das hängt auch das Firmenkonto dran. Dann ist meine Kreditkarte am selben Tag gehackt worden und ich nehme an, dass das irgendwie im Zusammenhang steht. Und es ist unmöglich, also mit Facebook in Kontakt zu treten. Was mir ja prinzipiell egal wäre, aber der Kommunikationskanal ist einfach sehr, sehr wichtig für die Wiener Fotoschule. Dann habe ich meine E-Mail auf einen anderen Provider umgestellt, weil die Leute die E-Mails nicht bekommen haben. Und dann habe ich nur eineinhalb Tage mit den E-Mails herumtan. Und dann hat sich das quasi wieder eingependelt, letzten Dienstag. Und jetzt arbeite ich halt an einem E-Book, besser fotografieren im Advent. Das schicke ich euch im Nachgang dann. Da werden diese Tipps noch einmal zusammengefasst. Und es ist auch ein großes E-Book in Vorbereitung. Es sind inzwischen über 150 Seiten mit einer wirklich coolen Grafik. Also das wird quasi dann die nächste Geschichte, die dann sozusagen weitergeht. Jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Dann gibt es noch ein Wings-Update-Seminar. Es gibt einen Kreativ-Lightroom-Workshop mit dem Robin. Also für alle Leute, die im Lightroom schon gut sind und aber noch sozusagen kreative Ideen finden möchten, dass der Robin ein wahrer Meister ist. Dann gibt es noch Photoshop am 9. und 10. Da haben wir auch noch zwei Plätze frei. Und es gibt auch wieder einen Fotowalk am Christkindl-Markt. Für alle Leute, die einen Rucksack suchen, EFSTOP hat jetzt gerade noch eine minus 20%-Aktion. Die dauert noch ein paar Tage. Wenn ihr jetzt im Advent fotografiert, dann sind natürlich die Nummer 1 die Christkindl-Märkte. Rathaus hat eh schon längere Zeit offen. Und das Interessante ist, wenn ihr jetzt die Autos so sehen möchtet, dass die sozusagen auch, dass man da noch ein bisschen was erkennen kann, dann solltet ihr nicht zu lange belichten. Ich habe da jetzt zum Beispiel eine Viertelsekunde, dann kann man noch ein bisschen die Auto erkennen. Wenn es ein, zwei Sekunden sind, dann wird das quasi nur mehr so eine Masse, das manchmal, finde ich, nicht so schön ausschaut. Außer man hat jetzt irgendwo schöne Rücklichter. Dann natürlich Fotowalk ist immer eine tolle Sache. Ihr könnt einfach euch jemanden mitnehmen. Das ist zum Beispiel auf der Freium in Wien entstanden. Diese Weihnachtsterne, die beleuchteten, die sind einfach ein Motiv ohne Ende. Also das ist etwas, was ich euch sehr, sehr empfehlen kann. Und da könnt ihr einfach nur herumprobieren. Ich habe da 85 Millimeter mit Lichtstärke 1 zu 1,2 gehabt. Das ist aber überhaupt nicht notwendig. Ihr könnt ein ganz normales 50 Millimeter nehmen oder 85, aber es reicht 1,8 und die ISO einfach hoch. Aber ihr seht, es ist relativ viel Licht da. Das heißt, man muss die ISO dann gar nicht so hoch drehen. Das sind 1600. Und wenn das notfalls ein bisschen rauscht, macht es auch nichts. Man kann die Senderbildbearbeitung wegnehmen. Und da braucht man am Weißabgleich nicht achten, da sind die Farben auch nicht so wichtig, weil die sowieso verfälscht werden durch dieses rote Licht vom Stern. Was ich immer sehr gerne mache, sind dann Porträts. Und zwar, da ist auch der Clou, möglichst ein tiefer Standpunkt, dann im Vordergrund die Lichter, diese LED-Lichter, und die ergeben dann diese schönen Unschärfekreise. In Wien ist ja dieser berühmte Park vor dem Rathaus mit den Herzen. Das wäre nur eine Möglichkeit. Aber ihr braucht eigentlich nur einen Platz, wo es einfach schöne, wo es einfach Lichter gibt. Und diese Lichter kann man dann in der Unschärfe auflösen. Oder solche Sachen. Also das ist zum Beispiel in der Innenstadt. Einfach schauen, wo gibt es eine tolle Dekoration. Wenn man jetzt niemanden mit hat, kann man das natürlich auch ohne Model fotografieren. Das ist auch kein Problem. Aber es gibt so viele interessante Motive, gerade in der Weihnachtszeit. Das könnte man auch mit dem Stativ machen, wenn da keine Person drauf wäre. Aber da würde ich euch einfach einmal empfehlen, überhaupt, wenn das Wetter schön ist, wenn es trocken ist, einfach einmal rauszugehen und da zu fotografieren. Das war eine Dreier-Serie. Links ersetzt, die Johanna ist relativ klein. Vorne ist einfach das Geländer, hinten oben der Weihnachtsstern. Also das wäre ein tolles Motiv für eine Weihnachtskarte. Und wenn ihr da eure Kinder, Enkelkinder mit habt, könnt ihr ganz, ganz tolle Motive finden. Jetzt noch einmal ein bisschen ein anderer Ausschnitt. Und ihr seht sehr, je nachdem, wie ich den Hintergrund dann gestalte, einfach mit mehr oder weniger Lichter drauf. Und natürlich auch verschiedene Ausschnitte. Also da kann man wirklich richtig, richtig toll damit spielen. Wir haben voriges Jahr so eine Weihnachtsproduktion gemacht und das ist ja die Zeit der Kipferl und des Lebkuchenhauses. Und wenn ihr hier bei euch zu Hause eine Reportage macht, das ist nämlich eine tolle Sache. Und wir haben in dem Fall Fensterlicht gehabt, das war an der Seite. Das war dann sehr, sehr einfach, also keine zusätzliche Beleuchtung. Und ansonsten müsstet schauen, vielleicht auch blitzen, das werde ich ein bisschen später noch erklären. Und Nahaufnahmen von Keksen, von den ganzen Bäckereien. Und ihr könnt es aber auch das Ganze mit einem 50mm Objektiv fotografieren. Das ist zum Beispiel im 105er. Ihr könnt ein Makroobjektiv nehmen. Also irgendwo, wo ihr die Blende einigermaßen weit aufmachen könnt. Ihr seht hier, Blende 7,1 beim 24 bis 105mm. Auch das geht ganz gut. Durch den Nahbereich ist das ja überhaupt kein Problem. Und diese schöne Schärfe, Unschärfe, das macht das Ganze dann richtig interessant. Wenn ihr mal testen möchtet, wie das Bouquet eurer Objektive ist. Das ist der Christbaum vor dem Langmann. Und beim Bild rechts habe ich einfach den Autofokus ausgeschaltet und habe das Objektiv komplett auf unscharf manuell gedreht. Und ihr seht es hier, bei Blende 5 schaut das eigentlich ziemlich cool aus. Ihr könnt es auch mal testen, wie das Bouquet des Objektivs ausschaut. Also das ist zum Beispiel auch, ich finde, eine super tolle Möglichkeit, das wäre auch eine schöne Weihnachtskarte, das mal ein bisschen zu abstrahieren. Und das geht im Prinzip auch mit jedem Objektiv. Wichtig ist eben nur, dass man dann das Ganze in die Unschärfe bringt und manuell scharf stellen. Man sieht ein Foto machen auf der Systemkamera, das sieht man sogar. Dann hier noch beim festlich gedeckten Tisch, da müsst ihr aufpassen, also wenn ihr hier Kerzenlicht habt und rein blitzt, dann müsst ihr die ISO relativ hoch stellen. Also da habe ich sogar ISO 4000 und vielleicht noch eine gelbe Folie am Blitz drauf. Aber ich blitze wirklich auf minus zwei, also den Blitz ganz, ganz leicht, also der darf wirklich nur ein bisschen leuchten, also minus zwei und einfach mal probieren, das kann man auch den Blitz in den manuellen Modus versetzen und dann kann man quasi ein bisschen aufhellen, man kann aber trotzdem diesen warmen, schönen Farbstich behalten, der dann sozusagen durch das Kerzenlicht entsteht. Das war einmal so viel zu den Weihnachtsbildern und das Fotowochenende Südtirol ist nahezu ausgebucht, also es sind nur einmal zwei Plätze, das ist wirklich ganz, ganz toll, weil dann findet das einmal sicher statt, also das war heuer unglaublich, das erste Fotowochenende so voll ist, das ist nur getoppt vom Waldviertel, Waldviertel ist der erste Termin schon ausgebucht und es gibt aber noch einen zweiten, wo genügend Plätze sind. Also wer jetzt schon seine Fotowochenende planen möchte, dann ist das wirklich eine tolle Geschichte, früh genug damit anzufangen. Ich habe also vor einiger Zeit eine Google-Form ausgeschickt und ich habe ein bisschen zur Auswertung der Umfrage, also der Fotowochenende gemacht und da war zum Beispiel eine Frage, wie findest du die Länge der Fotowochenende? Da war genau richtig, war sozusagen eh der Großteil und zu kurz war eigentlich nur ein wenig, zu lange auch nicht und maximal drei bis vier Übernachtungen. Das heißt, dieses System werden wir auf alle Fälle beibehalten und wir werden nächstes Jahr eine Fotoakademie machen, die wird über ein Semester gehen, so will ich mich gerade verdauen, also es wird einmal ein Fotowochenende geben, das speziell auf Bildgestaltung abzielt, das werden wir noch bekannt geben, wird wahrscheinlich die Südsteiermark werden, der zweite Termin, und da war dann auch der Wunsch, es drei Tage zu machen, auf die wir auch gerne eingehen, denn wir wollen euch natürlich da auch bestens versorgen. Interessant war auch, also die Top-Themen waren Bildgestaltung, Fotografieren von interessanten Plätzen, Landschaft, Lost Places sind wir auch ganz, ganz gut vertreten, das heißt, da wissen wir dann auch, was man dann ausschreiben müsste und zur Themenfolie Befindung, die Naturfotografie hat fast 60% und Tierfotografie und dann war Architektur auch noch ganz interessant und Kombination verschiedener Genres waren dann 8%. Dann haben wir einmal so evaluiert, was wärt ihr bereit für ein Semester zu bezahlen, das ist so der Durchschnitt auf 700 eingependelt und das wird natürlich sehr, sehr umfangreich sein, aber wir werden euch das Konzept dann in den nächsten Fotokafés vorstellen. Es wird eine eigene Linie geben, wo wir bei den Fotoworkshops ein bisschen mehr wandern werden. Das Format wird Wanderplus heißen und in dem Fall würden wir Wanderungen mit bis zu drei Stunden und circa 500 Höhenmeter absolvieren und da waren eigentlich fast 60% finde ich gut und 25% haben gesagt, nichts für mich. Wesentlich beim richtigen Licht am richtigen Ort und die Idee wäre zum Beispiel am Zupallsee zu übernachten in Osttirol, dort Sterne zu fotografieren, also das wäre dann so schon die Intention und all die anderen, also es wird wahrscheinlich zwei Wanderfotowochenende geben, 2023 und all die anderen werden in Alp bewährterweise durchgeführt, wo wir halt auch wandern, aber nicht so anstrengend und kürzer. Jetzt kommen wir zum Fotowork Illumina im Schloss Lachsenburg. Also wenn ihr jetzt noch Zeit habt, solltet ihr unbedingt dort einmal hinschauen. Lachsenburg ist glaube ich noch bis 29. Jänner und es ist eine irre Lichtinstallation, es beginnt jeden Tag um 16.30 Uhr und hier ist auch das Schloss beleuchtet. Es sind einfach Unmengen an Fotomotiven und es ist bis 22 Uhr offen und das braucht man auch, um hier alles anzusehen. Man sieht anhand der langen Belichtungszeit, die hier gewählt wurde, sieht man auch ganz gut auf der rechten Seite diese Unschärfe und die Fotos sind übrigens von der Maria, die man die freundlicherweise schon gesagt hat. Wenn ihr so eine Lasershow fotografiert, dann dürft ihr nicht zu lange belichten. Also wenn ihr zu lange belichtet, dann verschwimmt das alles. Man kann auch die Farben nicht mehr wahrnehmen. Das war jetzt auch meine Erfahrung bei dieser LED-Beleuchtung. Wenn die jetzt irgendwie realistisch sein soll, dann muss man entsprechend kurz belichten, also ISO hoch und vielleicht maximal eine Sekunde. Wir haben dann mehrere Versuche gemacht und das hat aber dann unterm Strich ganz gut funktioniert. Das ist auch eine riesige Fontäne, also so eine Wasserfontäne, also es ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet und ist der Walter eigentlich da? Der Walter Bergen, bin ich mir nicht sicher, ob der heute bei uns ist. Walter? Okay, ist nicht da. Es gibt nämlich im Jänner einen Kurs, der heißt Wasserspiele für Fotografen und Fotografinnen und den macht er in Zusammenarbeit mit der Susanne Grill und da werden so verschiedene Flüssigkeiten verwendet und das wird dann entsprechend fotografiert. Ich habe mir das noch nicht genau angeschaut, wie das funktioniert, aber die Fotos sind auf alle Fälle faszinierend und es wird dann schon interessant, was man da alles machen kann. Das ist ein richtiges Winterthema, kann man ihnen auch machen und das finde ich eigentlich sehr, sehr toll. Es gibt noch einige Seminare, wir haben jetzt zum Beispiel den Fotowalk Illumina, Christkindlmarkt, also schaut einfach auf die Webseite und im Jänner ist natürlich auch wieder einiges angedacht. Wenn ihr noch Geschenke braucht, es gibt Gutscheine, ganz normale Gutscheine für unsere Fotokurse und es gibt auch eine Aktion, Gutscheine über einen Online-Kurs Online-Fotokurs und der ist um 100 Euro vergünstigt, also kann man auch auf der Webseite nachschauen, wenn es ein Problem gibt, einfach bei uns melden und dann schalten wir euch frei. Noch ganz was Wichtiges, es gibt ein Weihnachtsfotokafé am 20.12.22 und da wird es eine große Verlosung geben, also wir verlosen einen F-Stock Toyota-Rucksack, einen 100-Euro-Gutschein, ein E-Book besser fotografieren und vielleicht noch ein paar andere Sachen, also wenn ihr da dabei sein möchtet, wäre es sehr, sehr schön und das wird dann das letzte Fotokafé vor Weihnachten sein, aber wenn wir uns dann entschlossen, noch eines zu machen, dann können wir sozusagen das Jahr noch gut zu Ende bringen und ich würde jetzt einmal gleich den Oliver bieten, dass er mal mit der Photoshop-Challenge startet, denn dann hätten wir jetzt gleich einmal den nächsten interessanten Programmpunkt. Ja, hallo auch von meiner Seite, ich schalte euch gleich mal frei auf meine Photoshop-Oberfläche, so, hier sind wir. Ja, wer mich auf Social Media verfolgt, der weiß, dass ich momentan Aufträge in Deutschland habe und ich habe halt letzte Woche da mehrere Aufträge gehabt und diese Woche wieder, jetzt habe ich das Wochenende genutzt und bin nach Holland gefahren, weil es nicht mehr so weit war und habe mir die Stadt Den Haag und Rotterdam angesehen und am Samstag, wie in Den Haag war, haben wir ein Riesenglück gehabt mit dem Wetter, für holländische Verhältnisse ist das eher selten und die Sonne hat auch am Nachmittag kurz rausgeblickt und da bin ich dann natürlich sofort gleich mal auf den Hausstrand von Den Haag gegangen, der wunderschön ist, riesengroß, also da kann man Kilometer von Kilometer im Sand gehen und der hat auch eine Breite, ich schätze, von 400 Meter dieser Strand, also riesige Flächen und dann erstreckt sich halt da Richtung Norden die Nordsee und weil der Wind gegangen ist, waren auch Wellen und dann waren halt da so junge Burschen aus Den Haag da, die dort dann Bellen geritten sind und ich habe leider kein Teleobjektiv mitgehabt, meine längste Brennweite war das 85 Millimeter Objektiv und das ist halt genau dieses Foto geworden und ich zeige euch jetzt nur mal ganz kurz, was ich bei der Rohkonvertierung durchgeführt habe, das ist ja schon und das Bild, das ihr jetzt seht, das ist schon Rohkonvertiert, also ich schalte jetzt da am Auge die Rohkonvertierung kurz aus, also ihr seht seht, ich habe den Kontrast ein bisschen angezogen und ich habe die Farbsättigung ein bisschen angehoben, weil das war kurz vor Sonnenuntergang, das Licht war sehr kräftig und das Rohfoto war immer ein bisschen zu farbarm und deswegen habe ich die Farbung und jetzt stört mich halt da bei diesem Bild dieser Mast, also dort waren halt gerade die besten Wellen und damit das Ganze jetzt ein bisschen ausschaut, wie wenn das irgendwo in der Südsee ist oder alles frei ist, ist jetzt mein Ziel diesen Masten wegzuretuschieren. Ich zoome mich mal da ein bisschen ran, jetzt kann man das natürlich ganz mühevoll mit dem Kopierstempel durchfügen, aber ich möchte euch jetzt einen Weg zeigen, der viel flotter ist. Um das durchzuführen, muss ich jetzt einmal mir eine Pixelebene anlegen, weil ich hier habe bis jetzt nur zwei Smart-Objekte. Ein Smart-Objekt, das ist ein Container, den kann man sich in Photoshop anlegen und in diesem Container liegt meine RAW-Datei, damit ich immer, wenn ich jetzt Änderungen durchführe, auf diese 14-Bit-Farbtiefe der RAW-Datei zugreifen kann und das direkt aus Photoshop. RAW-Konvertierung ist abgeschlossen und jetzt kommt meine Vorbereitung, das heißt, ich lege mir jetzt da eine Pixelebene an mit der Summe von diesen beiden Ebenen, also die untere Ebene zeigt ja nur das Originalbild und da drüber liegt die RAW-Konvertierung und dieser Befehl lautet Shift-Alt-Steuerung-E und im Prinzip kopiert einfach das gleiche Bild noch einmal nach oben, aber jetzt auf einer Pixelebene, also wenn ich das jetzt ein-ausschalte, ihr seht, es passiert gar nichts, weil es exakt dieselben Daten sind. Gut, jetzt markiere ich mir oder wähle mir mal da diese Wassermarkierung aus, ich habe da mein Auswahlwerkzeug gewählt, weiche Kante stelle ich da bei den Optionen auf 0 und jetzt fange ich mal an schön knapp hier diese Wassermarkierung auszuwählen, wenn ich jetzt da wieder an den Start komme, irgendwann verändert sich der Mauszeiger mit seinem Ring und die Auswahl ist getroffen. Ja, und jetzt brauche ich nur noch eines tun, Menü bearbeiten, Fläche füllen, mit Fläche füllen, da kann ich eine Fläche schwarz, grau, weiß oder ich kann sogar eine Farbe wählen und sagen, bitte fülle mir da jetzt das Ganze, aber ich wähle da jetzt inhaltsbasiert aus. Was bedeutet das, wenn ich da jetzt inhaltsbasiert auswähle? Photoshop schaut jetzt außerhalb von dieser Auswahl, schaut, was da hier zu finden ist am Pixel und füllt mir das innerhalb der Auswahl an. Und schauen wir mal, was jetzt passiert. wird, ich betätige die OK-Taste und oh Wunder, dieser Ständer ist weg. Ich schalte mal da ein aus, ihr seht Photoshop hat das perfekt gemacht, sogar da bei dieser Welle. Schaut mal, sogar da bei dieser Welle hat er das perfekt gemacht und wenn ich jetzt sage, ich zoome da gar nicht so nah ran, sondern das wird ungefähr so ausschauen, ja, perfekt, diese Stange ist einmal weg. Ja, aber jetzt muss ich natürlich noch meine Manko, dass ich kein Teleobjektiv mitgehabt habe, ein bisschen ausgleichen, indem ich das Bild jetzt noch ein bisschen beschneide und mein großer Vorteil in dem Fall ist, ich habe die Canon R5, die hat einen Sensor mit einer Auflösung von 45 Megapixel und da kann ich dieses Bild ich mache es jetzt Hochformat 4 zu 5 kann ich wie viel ich da jetzt weg schneide und jetzt bestätige das Ganze mit Enter und das coole Bild ist fertig und jetzt schauen wir mal wie viel jetzt übergeblieben ist also was ist die Restauflösung von diesem Bild das kann ich feststellen indem ich im Menü Bild Bildgröße auswähle und ihr seht ich habe immer noch eine lange Kante mit 2600 Pixel und da kann ich locker einen A3 Druck durchführen also wenn ich sage ich möchte mir dieses Bild groß ausdrucken und dann im Wohnzimmer hinhängen geht es immer noch im Format A3 ja das ist das erste Beispiel jetzt zeige ich euch das nächste Bild diese Damen die haben Geburtstag gefeiert an dem Nachmittag die Dame da mit dem Lila Bikini hat an dem Tag Geburtstag gehabt und wie die gesehen haben dass ich ganz professionell die Wellenreiter fotografiert habe ist eine von ihnen auf mich zugekommen und gefragt bitte unsere Freundin hat Geburtstag ob ich nicht auch ein Foto machen kann wie sie da gerade ein Bart nehmen also tapfere Holländer sage ich nur Ende November ich schätze mal die Nordsee hat 6-7 Grad und die Luft Temperatur war ich schätze 11 oder 12 Grad also die sind hart die Damen die können mit Kälte gut umgehen ja dann habe ich gesagt naja wenn dann machen wir jetzt ein gescheites Foto ich zähle bis 3 und ihr springt dann alle in die Luft und ihr seht seht da wunderschön ein Seitenlicht vor der Sonne die kurz vorm Untergang war jetzt zeige euch noch einmal was habe ich gemacht also ihr seht seht das ist das Bild so kam es aus der Kamera und das ist meine Raw Konvertierung ich zeige euch kurz was ich gemacht habe bei der Raw Konvertierung ich habe natürlich meinen Lieblingsreger tiefen aufhellen ich stelle den auf null ihr seht seht die Schatten viel zu intensiv na gut dann hellen wir da mit die tiefen auf also bis auf 80 ja was habe ich noch gemacht ich habe die Lichter ein bisschen runter genommen weil man sieht da beim Oberschenkel wenn die Sonne ich stelle den auf null sehr massiv da rein stellt dann wird das sehr weiß und wenn ich die Lichter runter nehme dann kriegt auch hier der Oberschenkel einen schönen Haut Ton und Sonne mehr da muss man natürlich auch wieder die Sättigung hoch ziehen die wird nur auf 10 hoch gezogen dass das Ganze farben prächtiger wird weil es war ja auch so okay das war jetzt die Rohkonvertierung aber jetzt weil die Sonne von der Seite war und das Licht halt sehr schön war da habe ich ein Problem zum Beispiel hebt sie da ihren Armherd und macht da vor ihrem Gesicht einen Schatten und das gleiche Problem habe ich beim Geburtstagskind der Arm macht da auf ihrem Gesicht einen Schatten und das möchte jetzt noch korrigieren dass die zwei Damen genauso schön strahlen im Gesicht oder ähnlich wie die zwei anderen Damen naja das lösen wir am besten mit einer Gradations Kurve ich lege sie mir mal an und jetzt schaue ich nur mal da auf dieses Gesicht da auf diese Hälfte da und ziehe mal das Ganze weiter nach oben also da kann ich wirklich auch die Tiefen ein bisschen nach oben ziehen ja ok passt jetzt möchte ich das ganze Bild anwenden sondern wieder nur auf diese eine Gesichtshälfte die der Sonne zugewandt daher invertiere ich die Maske mit Steuerung i jetzt jetzt ist die Maske schwarz und jetzt nehmen wir da einen Pinsel weiße Vordergrundfarbe 20% Deckkraft ich kontrolliere noch mal ob der Pinsel eh ganz weich ist ja Härte ist bei null das passt ich mache die Werkzeugspitze ein bisschen größer und jetzt male ich da so ein bisschen ein Licht hinein auf diese Gesichtshälfte so gut und dann malen wir das bei ihr da auch also wir hellen sozusagen ein bisschen die Schatten auf ja im Schatten ist das Licht nicht so kontrastreich wie in der Sonne daher schaut da jetzt die Haut ein bisschen fahl aus ja und das löst man indem man die Farbsättigung dort lokal noch erhöht also ihr seht wie wunderschön orange da die Haut ist weil die Sonne hinstrahlt das muss ich jetzt auch noch ein bisschen korrigieren und das mache ich mit einer Farbsättigungsebene ich schaue jetzt wieder nur auf diese eine Gesichtshälfte erhöht die Sättigung ja und jetzt habe ich auch hier eine schöne Farbe im Gesicht natürlich werden wir das nicht wieder aufs ganze Bild anwenden weil da schaut die Haut schon sehr krank aus nein ich invertiere die Maske wieder nehme wieder den weißen Pinsel mit weißer Vordergrund Farbe und nur hier ein bisschen die Farbsättigung erhöhen jawohl das machen wir bei der Dame auf der anderen Seite auch noch dass sie da ein bisschen mehr Farbe hat ja und jetzt strahlt das Ganze schon sehr gut macht das Ganze jetzt ein bisschen größer ich gebe jetzt beide Ebenen in eine Gruppe und jetzt schauen wir uns einmal den Vorher Nachher Vergleich beobachten wir mal dieses Gesicht vorher noch extremer Schatten und jetzt strahlen sie auch sehr schön so wie die anderen Damen ja Problem gelöst und wenn es ihr zu Weihnachten und am Weihnachtsbaum einmal so ein Foto habt wo bei irgendeinem Gruppenbild durchs Gesicht ein unangenehmer Schatten läuft also mit dieser Technik könnt ihr das korrigieren die Aufzeichnung seht ihr dann eh ein paar Tage später auf dem YouTube Kanal von der Wiener Fotoschule und da könnt ihr das noch einmal Schritt für Schritt nachvollziehen ja gehen wir zu Frage dazu ja du hast zweimal die Mathe erstellt kann man nicht einfach die Mathe kopieren von einer Ebene auf die andere wäre auch möglich nur ich wollte bewusst das trennen das aufhellen wollte bewusst trennen plus das heller machen weil das heller machen habe ich auch hier auf der Stirn gemacht und da brauche ich nicht so viel Farbe wie da mehr wo die Sonne hinkommt ok ich zeige dir kurz die Maske von der Farbsättigung sieht so aus und die Maske von sieht ganz anders aus deswegen habe ich nicht kopiert die Maske ok aber die Frage ist sensationell gut weil würde das ähnlich sein dann kann man natürlich und legitim die Maske kopieren auf die zweite Ebene gut dann gehen wir zu meinem letzten Bild ich war dann am Sonntag in Rotterdam Rotterdam liegt circa 25 Kilometer süd westlich von Den Haag und das Wetter hat sich natürlich wieder geändert also es war typisches holländisches Novemberwetter also der Wind ist gegangen der Regen hat durch die Straßen und Gassen gepeitscht und das ist so diese bekannte Brücke in Rotterdam das jeder fotografiert der mal dort ist natürlich habe ich das auch gemacht und mir hat das nicht gestört weil ich habe meine Regenbekleidung angehabt drunter noch eine warme Downerjacke Handschuhe und Haube und bin da mit Kapuze durch die verregnete Stadt marschiert und ich muss sagen ja ich habe das auch recht lustig gefunden weil es waren die knallharten Holländer unterwegs also die fahren da mit dem Fahrrad haben nicht einmal eine Kopfbedeckung auf es hat knapp über null Grad es regnet dann braucht man in Holland wenn man mit dem Moped fährt keinen Sturzhelm und kein Mensch hat dort einen Sturzhelm also die fahren da mit ihren Mopeds durch 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 die Gegend es regnet und es ist eiskalt und keiner hat irgendwie eine Mütze oder einen Elm auf also ich muss sagen die Holländer die halten schon was aus ok also das ist jetzt das Motiv und das ist jetzt noch nicht die Raw Konvertierung durchgeführt und jetzt mache ich mal die Raw Konvertierung und natürlich wieder meinen Lieblingsregler tiefen nach oben ja jetzt schaut das Wetter nicht mehr so schön aus nochmal die Belichtung nach oben nochmal ein bisschen Farbtempera dazutun und ich habe schon ein schönes Wetter jetzt habe ich diese Raw Konvertierung bewusst provokant durchgeführt das heißt ja ich kann aus einem schlechten Tag auch einen schönen Tag machen aber das ist jetzt in dem Fall nicht meine Bild Idee deswegen reduziere wieder diese Raw Konvertierung wenn ich da doppelt auf die Pfeile klick stellt sich der wieder auf die Ausgangssituation nein es hat geregnet was ich zeigen möchte ist bewusst dieses schlechte Wetter weil so habe ich es ja auch erlebt also das heißt als Spur gebe ich die Belichtung nach oben jawohl so würde es jetzt lassen und die Farbtemperatur gebe ich noch ein bisschen mehr ins kühlere das war mir vielleicht schon zu viel ich probiere es noch einmal ja so eine Spur ins kühlere ja und damit das Ganze also für mich war das so eine dramatische Wetterstimmung also der Wind hat durch diese Straßen gepeitscht und der Regen ist fast waagerecht geflogen nein ich mache jetzt gerade das Gegenteil ich ziehe jetzt nicht den tiefen Regler nach oben ziehen sondern ich ziehe den runter um diese Dramaturgie von diesem regnerischen Tag noch ein bisschen zu erhöhen also das heißt ich mache da noch noch mehr ein bisschen Kontrast jawohl und so gefällt mir das also ihr seht ja hast du nicht da probiert einmal ein richtiger kontrastreicher Schwarz-Weiß Konvertierung zu machen das können wir auch machen das würde viel besser passen ehrlich gesagt die Schönwette sehr euphemistisch also aber für mich wäre das der Klassiker für eine Schwarz-Weiß Konvertierung Ja also das machen wir gleich jetzt möchte ich nur mal schauen also meine Bildidee war so dieses typische Holland im November zu zeigen also das heißt das war das Originalbild und ich habe die Tiefen abgedunkelt um das Ganze noch dramatischer zu machen und jetzt schaut schon fast gruselig aus also jetzt könnte man das noch gruseliger machen indem wir da jetzt noch eine Vignette ins Bild einführen ich löse das jetzt mit Photoshop schnell da gibt es natürlich viele andere Wege mache nur da schnell eine weiche Kante von 600 Pixel mache da die Auswahl nehme da eine Gradationskurve invertiere sie und wenn ich jetzt mit den Weißpunkt nach unten fahre wird das Ganze noch dramatischer also das wäre möglich ich setze das Ganze jetzt wieder nach oben und wäre jetzt noch das Ganze was der Karl schon vorgeschlagen hat eine Schwarz-Weiß Konvertierung durchführen und das löse ich auch wieder mit einer Einstellungsebene schauen wir nochmal da rein da steht sie schon Schwarz-Weiß also der Name ist Programm und ich lege sie an und habe dann eine Schwarz-Weiß Konvertierung und das tolle jetzt an dieser Einstellungsebene ist ich kann jetzt noch obwohl das Bild jetzt in Schwarz-Weiß ist die einzelnen Farbkanäle die haben wir jetzt hier in der Helligkeit steuern schauen wir mal was passiert wenn ich den Rotkanal bewege ja da tut sich gar nichts weil es ist nicht viel Rot in dem Bild aber schauen wir mal was passiert wenn ich den Blaukanal weil da ist ja viel Blau also das heißt wir können jetzt zum Beispiel den Blaukanal aufhören so ein richtig schönes Architekturbild machen grün haben wir grün nein grün haben wir auch nicht und schauen wir mal ob wir Magenta haben Magenta haben auch nicht also ich ich gehe das jetzt nochmal auf 0 und so Oliver du brauchst ja immer das man schon oft zeigt diese Kontrastverstärkung mit der Gradationskurve oder überhaupt Steuerung gerade bei Schwarzweiß da hast du ja können wir auch noch machen ja also sehr guter Punkt ich lege sie mal an die Gradationskurve ich kann natürlich schaut sie an in Lightroom im Raw Converter oder halt da als Einstellungsebene gibt es ja die ganz simple Lösung dass ich sage da steht jetzt Kontrast und wenn ich da jetzt den Kontrast nach oben ziehe erhöht sich das also alles was heller ist wird heller und alles was dunkler ist wird dunkler nur ich habe da bei dem Regler und genauso wie in Lightroom oder im Raw Converter von Photoshop nicht die Kontrolle weil ich kann jetzt nicht da ich muss das übernehmen was Photoshop mir anbietet und das möchte ich vermeiden und darum wähle ich mache das Ganze die Kontraststeigerung mit der Gradationskurve Oliver ich verwende zum Beispiel den Kontrastregler überhaupt nicht im Lightroom weil man den so schwer kontrollieren kann also man weiß nicht was im Hintergrund passiert und daher nimmt man da die Gradationskurve weil mit der Gradationskurve habe ich jetzt drei Möglichkeiten das Ganze zu steuern also Kontrast passiert dann wenn das was im Bild heller ist noch heller wird und das was im Bild dunkler ist noch dunkler wird also dass dieser diese Splittung von hell zu dunkel noch stärker wird und das nennt man dann in der Fotografie Kontrast und jetzt mache ich das einmal nur ganz grob ich schiebe den weißpunkt nach links und den schwarzpunkt nach rechts und ihr seht genau das passiert also diese Kurve also in dem Fall ist es eine Gerade die macht man einfach steiler und dann entsteht Kontrast aber jetzt habe ich das Problem alles sieht nichts mehr und da ist alles schwarz und man sieht auch nichts mehr daher ist meine Empfehlung den Kontrast nicht direkt da mit dem weißpunkt und mit dem schwarzpunkt durchzuführen sondern diese Gerade Lineare Kurve zu einer S-Kurve zu verformen das heißt ich gehe jetzt da oben her legen wir da einen Punkt an das sind jetzt da die Lichter heb die ein bisschen an und legen wir da einen Punkt an zu den Tiefen und die Tiefen ein bisschen absenken der weißpunkt und der schwarzpunkt bleibt im Bild durch erhalten und jetzt mal ein Vorstell so ist das Bild noch ein bisschen flau und jetzt habe ich mehr Kontrast aber ich habe nichts an den ganz hellen Punkten also ihr seht da ganz oben an der Brücke da ist es das Hellmann vorher nachher also ich habe noch immer Strukturen und das ist da der der große Vorteil und so würde ich auch im Leitraum den Kontrast durchführen indem ich so eine S-Kurve mir bauere hast du jemals vergrößert in deinen Anfängen naja den 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 Bauern Analog meine ich Entschuldigung Analog leider aber da ist was Interessantes und zwar wenn das Negativ sehr kontrastreich war hat man weiches Papier genommen das ist ähnlich wie da und wenn das Negativ sehr hart war das heißt wenn es einen großen Kontrast hatte dann hat man einfach ein sehr weiches Papier genommen das heißt auf diese Art und Weise man den Kontrast Umfang ausgleichen können und das macht jetzt Gott sei Dank mit zwei Regeln ja also die analoge Dunkelkammer die habe ich leider nie erlebt also ich habe diesen Prozess nie selber gemacht ich schalte jetzt einmal da die Vorschau aus dass wir uns wieder unterhalten können also diesen Prozess habe ich nie gemacht aber alles was man in Lightroom oder in Photoshop diese ganzen Bezeichnungen die kommen alle von der analogen Dunkelkammer also die Gradationskurve dieser Begriff kommt ja von dieser Gradation des Papiers das was du gemeint hast Karl ich wollte jetzt bist du jetzt fertig mit der Photoshop Challenge ja also ich kann noch mal kurz auf dieses finale Bild schauen ach so ja ich wollte nämlich noch was anderes mit dir noch diskutieren ja also die Photoshop Challenge ist beendet also danke für den Tipp Karl mit dem schwarz-weiß das hätte ich jetzt nicht gemacht mehr aber so lebt das Fotokaffee in dem wir uns halt gemeinsam austauschen okay ja Oliver jetzt hätte ich ganz ein heißes Thema und zwar Fotografie unter dem Christbaum weil also das Problem ist immer dass dann reingeblitzt wird dass dann natürlich die ganze Atmosphäre zerstört wird und mein Ansatz wäre möglichst hohe ISO auf den Weißobgleich einfach aufpassen also wenn ihr RAW macht ist es ja nicht so tragisch dann könnt ihr im Nachhinein eh ziehen aber bei JPEG muss ich genau aufpassen dass es nicht zu warm nicht zu gelbstichig wird was wäre dein Tipp Oliver ja also mein Tipp wäre wenn sie jetzt zu Weihnachten bewusst fotografieren wollt also nicht irgendwie das klassische Familienbild wo sie die Familie aufstellt sondern so diese Szenenbilder wenn die Geschenke vom Weihnachtsbaum ausgepackt werden und diese goldige Stimmung da ist im Raum weil die Kerzen bringen mein Tipp ist schon den Blitz verwenden aber Blitz ausschalten ein Testfoto machen und solange die ISO und die Belichtung erhöhen bis diese Stimmung da ist wo man sieht ah jetzt erkenne ich schon den Weihnachtsbaum und jetzt erkenne ich das alles und dann ganz dezent und nur einen leichten Blitz dann manuell also nicht auf der Kamera Automatik sondern manuell also ich schalte alle Automatik Funktionen am Blitz aus und ganz zart hineinblitzen mein Tipp ist noch was probiert das am Vortag aus diese Einstellungen weil am Weihnachtstag könnt ihr nicht probieren da müsst ihr euch auf die Feier konzentrieren und auf die Motive die dann entstehen und kleiner Schwank noch am Rande also bei mir zu Hause das Familienfest schaut immer so aus meine Schwester die hat eine alte Spiegelreflex Kamera das ist die Canon 60D die hat sie schon seit zehn Jahren dann hat der war das die erste Kamera die einen verbauten Blitz gehabt hat und die fotografiert an dem Abend macht wunderschöne Fotos im Vollautomatik Modus und ich habe meine GoPro und ich mache dann ganz dezent Videos dazu weil die kann ich so versteckt in der Hand halten und das sind unsere familiären Images also es gibt dann einen Film und Fotos ich tue dann nach diesen zwei Tagen von meiner Schwester die Speicherkarte schnell auf meinen Rechner kopieren und immer wenn dann ein Geburtstag ansteht dann ist ein wichtiges Geschenk immer dem Familienmitglied die Filme und die Fotos vom letzten Weihnachtsfest zu übermitteln und die kriegen dann von mir das ist schon Standard bei mir einen Datenstick übermittelt also meine das und alle Familienmitglieder sind dann immer ganz erfreut wenn es dann weil jeder hat das schon vergessen ah wir haben ja so viele Weihnachten weil meine Schwester zum Beispiel die hat auf ihrer Speicherkarte 10.000 Fotos die kopiert die nicht auf dem Rechner die löscht die kopiert nicht auf dem Rechner und ich hole die dann immer von der Karte runter damit ich sage wenigstens habe ich die gesichert die Weihnachtsbilder also das ist wirklich eine spannende Geschichte mit der Vollautomatik also Punktautomatik aber wenn man zum Beispiel so ein bisschen seriöser das probieren möchte dann wäre es beim Blitzen muss man entweder manueller Modus AV oder TV aber unter dem Weihnachtsbaum wäre meiner Meinung nach tatsächlich der manuelle Modus der gescheiteste das heißt man nimmt der 125 dann stellt mal Blende 5,6 sein und dann wie der Oliver gesagt hat schaut mal dass die ISO entsprechend hoch sind dass man ohne Blitzer richtig belichtetes Foto hat und dann kann man über die ISO den Hintergrund steuern der wird dann heller oder dunkler wenn aber die ISO zu hoch sind dann wird das Foto eher gelblich das heißt dann überwiegt das Kunstlicht also das Kerzenlicht da muss man aufpassen man wird ja also das könnte natürlich meiner Schwester drauf montieren aber ich glaube da eingebaute Blitzer ist sowieso das Problem das sehr hart ist das am gescheiter mal lassen so wie er ist oder es geht da nicht um das perfekte Foto das ist mir vollkommen klar es geht um die Stimmung es geht um die Familie das ist mir alles vollkommen klar vielleicht wenn noch jemand ein Video dann würde man irgendwo ein Stativ organisieren und wir haben jetzt bei uns Test Aufnahmen mit der R6 gemacht aber das geht genauso mit vielen anderen Kameras und wir waren erstaunt wie gut das eingebaute Mikrofon funktioniert wenn keine Nebengeräusche im Raum sind also wenn man ein Lied aufnehmen möchte geht es sogar ohne Probleme ohne Mikrofon man kann natürlich auch im Automatikmodus dann einfach filmen und das wird dann auch ziemlich gut also denkt an das ein bisschen dass man auch filmen kann also viele Fotografen haben panische Angst erstens vor den hohen ISO die glauben die Kamera explodiert das zweite ist sie glauben dass die Kamera explodiert wenn man Videoknopf drückt also beides ist nicht richtig ich habe jetzt noch einen Leitraum Tipp für euch und zwar ich werde jetzt einmal kurz meinen Bildschirm freigeben ihr kennt ja alle das Zuschneiden Werkzeug und das ist eigentlich auch ein Übersetzungsfehler weil das heißt Freistellungsüberlagerung ist ein wunderschönes Wort und wenn ihr das Werkzeug aktiviert habt ihr hier mal so ein Schloss wenn das Schloss zugesperrt ist dann habe ich quasi das Seitenverhältnis vorgewählt das halt das Foto ursprünglich hatte wenn ich jetzt hier das Schloss aufsperre habe ich quasi ein freigewähltes Seitenverhältnis das heißt ich kann jetzt einstellen was ich möchte nur aufpassen das hat einfach den Nachteil wenn ich die Fotos ausdrucken lasse kann es vielleicht sein dass ich irgendwann Rand habe wenn es nicht im Seitenverhältnis ist was schön ist das Ganze ist ja non destruktiv das heißt ich kann das jederzeit zurücksetzen was interessant ist es dürfte noch ein Bug im Leitraum sein es fehlt nämlich hier der Fertig Button jetzt muss man einfach auf schließen drücken dann habe ich hier verschiedene Seiten Formate von 1 zu 1 bis 5 mal 7 13 mal 18 cm übrigens ein super Trick mit gedrückter X Taste könnt jederzeit von hoch ins Querformat ändern also einfach die X Taste gedrückten drücken und dann könnt ihr vom hoch ins Querformat ändern dann hier habe ich auch die ganzen Video Formate 16 zu 9 manche Monitor 16 zu 10 das kann ich mal hier einfach einstellen und was auch interessant ist wenn ihr als eigenes benutzer definiertes Format habe zum Beispiel bei uns auf der Webseite sind die Fotos im Seitenverhältnis 3 zu 1 das heißt ihr könnt hier die Fotos im Seitenverhältnis 3 zu 1 zuschneiden und wenn ich jetzt mehrere Fotos benötige in verschiedenen Seitenverhältnissen ich setze das noch einmal zurück dann gehe ich hier auf zurücksetzen dann mache ich mir einfach einmal ein paar virtuelle Kopien es geht mit Steuerung Deodor also einfach Steuerung Deodor oder rechte Maustaste virtuelle Kopier stellen es ist im Prinzip egal es geht beides und dann habe ich hier mal das Original das nächste mache ich dann in 16 zu 9 dann mache 1 zum Beispiel in 3,5 zu 1 das heißt ich kann mir einfach meine beliebigen Seitenformate machen so dann gehe ich hier noch einmal auf schließen und wenn wir uns die nebeneinander anschauen ich gehe mal hier auf die übersicht dann sieht man eben diese verschiedenen Seitenformate und ich muss das nicht immer zurücksetzen ist einfach der Vorteil von der Geschichte jetzt werde es mal hier noch einmal das Bild zurücksetzen und jetzt zeige ich euch einen sehr guten Trick mit der O Taste für Overlay kann ich hier verschiedene ich habe hier zum Beispiel die Drittel Regel einfach einen Raster dann eine andere Methode der Bildgestaltung ich habe hier quasi das ganze geviertelt dann habe ich goldener Schnitt ich habe die Fibonacci Spirale und das sind hier so Druck Formate das heißt mit gedrückter O Taste kann ich hier diese Formate einfach durch drücken durch wählen und kann man dann die Tests sozusagen aussuchen was mir am besten gefällt ich jetzt Foto aufrufen gehen mal in das entwickeln Modul jetzt brauche ich ein schiefes Foto das findet man natürlich nicht wenn man es auf die schnelle braucht also wenn das Foto irgendwie ein bisschen schief ist dann kann ich einfach hier in das Werkzeug reingehen und gehe hier auf Auto und dann versuche das gerade zu stellen also das könnte ich natürlich auch noch entzerren aber ich kann es genauso hier mit dem Knubbel machen und wenn ich den aktiviert habe kann ich auch mit dem Mausrad dran drehen dann geht es auch viel leichter auf Bild beschränken bedeutet er wird es dann auch gleich zuschneiden so ich schließe das einmal er setzt es ein bisschen misslungen einfach dass ich hier in diesen dass ich im Leitraum eine sogenannte non-destruktive Bildbearbeitung habe das heißt ich kann das jederzeit wieder zurücksetzen und wieder herstellen genau das Bild wollte ich euch zeigen das sind diese berühmten Fotos wo sozusagen dann alles kippt das könnt ihr hier dieses Winkelwerkzeug nehmen und könnt einfach dann hier entlang fahren und dann erkennt das Leitraum und stellt automatisch gerade das ist einfach hier mal hier mal entlang und es würde auch mit der Autofunktion gehen da muss man einfach schauen man schaut selbst das funktioniert hier eigentlich ganz gut das heißt ich habe hier einfach viele Möglichkeiten und das Schloss auf und zusperren wäre so eine wichtige Sache hier einfach auswählen das Seitenverhältnis und ich wenn ich das kann ich das können auch mehrere sein mache jetzt hier noch einmal 2 zu 1 das heißt da kann ich mir einfach beliebige Seitenverhältnisse auswählen und ich kann die jederzeit abrufen also das wäre diese sogenannte Freistellungsüberlagerung und das finde ich ganz ganz ein wichtiges Tool das man immer wieder benutzt und das sehr sehr effektiv ist und jetzt vielleicht noch was was auch interessant ist ich muss mir ein paar Querformat Fotos suchen ich gehe da einmal rein und ich beschneide dieses Bild ich mache da mal 16 zu 9 für eine Tiershow so das wäre jetzt so schließen jetzt möchte ich weitere Bilder in diesem Seitenverhältnis beschneiden und ich gehe jetzt einfach mal bis zu diesem Bild und ich gehe dann auf Einstellungen synchronisieren jetzt kann ich hier sagen also die Kalibrierung und die Prozessversion muss ich immer auswählen und hier das freistellen jetzt werden alle Fotos sofort auf 16 zu 9 freigestellt und ich kann aber dann hier im Bild wenn ich sage okay das gefällt mir nicht ich kann ich das hier rauf oder runter schieben das heißt ich habe im Nachhinein auch noch die Möglichkeit das entsprechend anzupassen so jetzt habe ich noch ein paar Folien für euch und dann sind wir schon mit dem Programm durch dann können wir noch ein bisschen kratschen ich werde dann nur mal kurz umschalten ich habe euch noch ein paar Fotos vom Illumina unterschlagen und zwar diese Fische die sind auch irrsinnig schön und das sind LED Lampen im Vordergrund die altbewährte Methode einfach hier in der Unschärfe das ist mit dem 70-200 gemacht dann hier dieses Wasserspiel ist auch sehr sehr schön also da kann man sich wirklich richtig austoben und auch hier diese Bäume sind eigentlich sehr interessant beleuchtet das ist immer von 16.30 bis 22.00 Uhr und gibt es in in Luxemburg in Klosterneuburg und in Grafeneg noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache die Fotoreise Madeira findet jetzt muss man mal ausblenden damit ihr das lesen könnt findet vom 25. Februar bis zum 4. März statt da gibt es noch drei Plätze und es gibt einen Madeira Vortrag in Wien Meidling am 12. 12. wenn da jemand kommen möchte einfach kurzes Mail schreiben der Eintritt ist kostenfrei ich werde das auch noch in einem der nächsten Newsletter bekannt geben jetzt noch was wichtiges wir möchten eigentlich das Fotokafé nächstes Jahr neu aufstellen wir wollen ein bisschen an den Schrauben drehen und wir werden jetzt auch so eine Umfrage machen ich werde das Formular in den nächsten Tagen designen und was wir suchen würden wären interessante Fotoprojekte das kann das Vorstellen einer Reise sein wenn ihr ein Fotoprojekt habt was auch immer das ist wenn das interessant ist und wenn ihr in einem Fotoklub ist ihr könnt gerne mal den Fotoklub vorstellen was ihr so macht also sind wir sehr sehr offen und wir würden euch noch gerne viel viel mehr mit einbeziehen weil dann lebt das Fotokafé einfach noch mehr und das soll ja auch ein Community Event sein und wie gesagt diese Bild besprechen natürlich auch beibehalten ist heute ein bisschen der Zeit zum Opfer gefallen weil die letzten zwei Kurse erst vor ein paar Tagen waren für die nächste Sendung zu Weihnachten machen wir eine kleine Challenge und schickt uns ein Motiv oder maximal zwei Motive mit einem Thema Christkindlmarkt Weihnachten also alles was heute in meiner Präsentation vorgekommen ist ich werde dann auch eine Dropbox erstellen und schickt dann an alle die heute mit dabei waren auch noch einen Link und ihr bekommt auch noch dieses E-Book das ist gerade in der Endproduktion von der Weihnachtsfotografie bei uns tut sich sehr sehr viel ich habe jetzt einen ganz interessanten Kontakt zum Bezirksmuseum und ich würde denen vorschlagen dass wir nächstes Jahr ein gemeinsames Fotoprojekt machen über den 15. Bezirk und dass wir dann auch eine Gemeinschaftsausstellung machen das heißt also ich bin jetzt gerade an der Suche von einigen Locations für Ausstellungen ich werde im Jänner meine analogen Syrien Bilder hier in der Nähe ausstellen in einer kleinen Weinbar aber da wird es auch noch früh genug zur Vernissage eingeladen das sind also relativ große schwarz weiß prints die von negativen kommen und wer dann in Wien ist herzlich eingeladen hier zu kommen ich würde mal sagen wir haben jetzt ein freies Thema ihr könnt es mal laut schalten und wenn ihr zum Beispiel sagt okay ich habe eine gute Idee zum Fotokafé oder Fragen könnt die gerne noch stellen wir haben jetzt nach 15 Minuten sozusagen die Sendung offen lassen und noch einmal ein bisschen zu einem Kaffee machen alle sind ganz ergriffen ihr dürft euch melden also der Peter sitzt heute bei mir es waren dann so wenig Anmeldungen als haben wir wieder in die Fotoschule verlegt also für den Live Event und Peter zum Beispiel hat eine interessante Reise in Butern gemacht die wir im Jänner vorstellen Karl weißt du vorher gesagt hast Weihnachtsfotografie in der Photoshop Übungsstunde waren die Teilnehmer entsetzt weil auch die Geschichte erzählt dass meine Schwester zu Weihnachten fotografiert und dann gibt es gar keine professionellen Weihnachtsbilder weil du nicht fotografierst habe ich gesagt es gibt jedes Jahr ein voll professionelles Weihnachtsbild von meiner Familie und das überlege ich mir und ich schalte euch jetzt kurz meinen Bildschirm frei ich stelle dann da immer meine Familie auf baue drei Blitze auf und es gibt dann da immer ein hoch professionelles Weihnachtsbild mein Neffe der ist da der spielt bei Rapid Fußball und deswegen ist unser Weihnachtsfest bis dann zum großen Fressen los geht es immer sehr sportlich also da wird gesportelt am heiligen Abend und wenn es dann finster wird dann gehen wir zum Abendessen und das ist jetzt nur das Making Of also da seht ihr den einen Blitz die anderen zwei habe ich hinten und ich zeige euch jetzt das finale Weihnachts Das hat dann so ausgesehen und das kriegt natürlich auch immer schön ausgedruckt Stück für Stück die einzelnen Familienmitglieder und für Heuer heulen auch schon wieder was Kreatives überlegt Oliver nehmen wir ein bisschen ein Deko weil das schaut aus irgendwie ein super cooles Foto das hat eher schon nach November Stimmung aus was gerade gekriegt hat also meine Familie die nehmt da gibt es keinen Schnee aber das ist so dann lass doch irgendjemanden eine Plastik Weihnachtsform halten dann weiß man wo es hinkommt ja aber danke für den Tipp das werde umsetzen super ja das merke immer danke für den Tipp die gibt schon ganz toll mit Kugelschmuck und ohne der so leuchtet mit so LED Blinklichter Eke Honemann kann das dann mit Leuchtspuren machen genau die Elke kann das mit Leuchtspuren machen ja da brauche ich dann noch zwei Assistenten die zu erinnern ja apropos es gibt dann im Jänner auch noch einen Illumina Fotokurs mit Lichtmalerei es ist leider nicht mehr ausgegangen bis heute online zu stellen aber das werden auch im Newsletter kommunizieren in den nächsten Tagen gibt es noch ganz was Spezielles die Elke hat schon wieder einiges einfallen lassen gibt es mal von eurer Seite Fragen Wünsche Anregungen mich würde interessieren was der Kurt zu seiner neuen R7 sagt schalt den Ton ein Kurt Ja ich danke Oliver ich gestehe ich bin noch nicht sehr oft zum Testen und zum Ausprobieren gekommen also ich habe jetzt erst am vergangenen Wochenende ein paar Fotos gemacht ja sie taugt mir sehr also sie ist sehr handlich und klein und so groß ist die Umstellung jetzt von der R5 auch nicht oder ich mache nicht mehr beide gemeinsam ich war jetzt gerade dabei dieses Kit Objektiv zu testen da traue ich mir jetzt aber noch keine Aussage zu treffen weil ich mir die Fotos erst am Rechner anschauen muss das ist erstaunlich gut ich habe das schon getestet ja gut aber man muss sagen das ist gut ich habe mir die R7 jetzt als Zweitkamera zur R5 genommen und die zwei Kameras sind wirklich genial im Zusammenspiel für unterschiedliche Motive also Tier Fotografie und so durch den Cloud Faktor ist das natürlich mit die diversen Objektive ideal aber man muss schon eines sagen also die L Objektive sind an der R7 nicht verhaut also die kehren da drauf also das 24 105 4er das Standardobjektive die 5er ist auf der 7er sensationell kann man überhaupt nichts sagen das ist ja vollkommen klar wenn du so ein gutes Objektiv drauf gibst das besser als Standard Zoom das ist ja vollkommen klar also wenn ich ein gutes Objektiv auf der Kamera gebe wird es immer besser also ich bin mit dem 70 200 2 8er bin in Garten in der Nacht um und fotografiert also sensationelle Ergebnisse mit R7 die auch so Schmankerl hat zum Beispiel der Weißabgleich der automatische Weißabgleich kann in Richtung Weiß verstellt werden das heißt man kriegt da wirklich ganz ganz tolle gut abgestimmte Bilder in Kunstlicht Umgebung also das ist sensationell was die R7 da so an Schmankerl anzubieten hat das hat die R5 und die R6 auch und das haben sogar schon die R5 hat das nicht aber das ist eine Funktion die die wenigsten Leute kennen die R5 hat das nicht die R5 hat das auch woher du musst nur auf AWB gehen und dann musst du da gibt diese Auswahl nicht bitte da gibt es aber diese Auswahl nicht da muss man das Menü lesen und zwar da gibt die Infotaste ganz sicher links unten die Infotaste am Display du musst die Infotaste drücken und hast die Auswahl und dann geht ein Untermenü auf und dort kann man es einstellen wichtiger Tipp das ist natürlich ein super Tipp das ist bei der R5 jetzt habe ich den Tipp gekriegt mit den Weihnachtsbaum fürs Foto der nächste heiße Tipp ich schreibe jetzt gerade eine Anleitung für die R5 und die R6 mit den wichtigen Menü Punkten absolut recht das gibt es wirklich super danke für das ist sensationell da steht das auch drin und da sind alle Menü Punkten wir haben Screenshots gemacht also da steht dann ganz genau Strom sparen geht dort das ist gerade am fertig werden wir arbeiten an vielen Fronten und manchmal hat man das Gefühl es geht nichts weiter aber dann wird alles schon fertig Übrigens für die Orchideen Freunde unter euch ich habe heuer ein Interview gemacht mit Patrick in Madeira 17 Minuten lang wo er seinen Architeen Garten erzählt und das wird auch demnächst auf YouTube online gehen und das schicke ich werde dann auch in der Weihnachtssendung vielleicht vorstellen da muss es schon fertig sein und das und das